So wie schaut's aus. Irgendwie, wenn wir 70 werden, will ich jetzt schon noch. Ohne großes Risiko. Ich hab eine neue Strand. Strand, Strand, Strand. Relativ viele Prozent. Dann machen wir die. Nein. Vergesse ich mal wieder das... Righteous Fire anzumachen. Denk mir, warum macht er denn keinen Schaden? Ja, da ist nix los, gell? Los, haben wir. Na, ich hab keinen Manner mehr. Ignorieren's. Wenn du da drin stehst, ist das doof. Boah, Amor-Rescrub. Ich müsste jetzt mal schauen, ob ich nicht irgendwie eins meiner Klamotten mal noch mal ein paar Prozente verpassen kann. Was dir dann auch wieder ein bisschen Armor oder Energy Shield bringt. Oder beides. Oho. Castle Woods. Noch eine Flask. Okay. Das ist ein Schaden. Okay. 475 wird es wahrscheinlich nicht reichen, weil da dürfte jetzt gleich der Boss sein hier, jawohl, der Boss die Bosse, sie Bossis, Wave, Wave, ein, zwei Treppes und dann Strahlemann, ha, immer schön im Ring bleiben, eine Alleyways, jawohl, und ich nehme mal alles mit zum Verkaufen, denn Währungen kann man nie genug haben, die Elena ist ja auch wirklich lieb und nimmt das alles. Das blaue Zeug, was ich mir ja fast gar nicht mehr so anschaue. Journey well. So, jetzt habe ich hier keine Scrolls mehr. Ja, dann ist jetzt die Frage, was machen wir als sechs.